Ich hab's schon lange nicht geoutloadet, ich hab's lange kein Video gemacht, und live gemacht. Perfekt. Auch, zuerst, dass ich wieder etwas verspielen, YouTube, what the fuck ist los mit dir? Like, what the fuck? Ich bin eigentlich ein kleiner Channel mit 10 Abonnenten und dann kommt irgendein Huren zum und sagt so, hm, ich bin Copyright. Ich weiß, ich bekomm kein Geld. Ich weiß, ich bin auch nie gerne bekommen für ihn, YouTube. Denn ja, oh shit. Also mal von roten Scheißen. Aber, ähm, ich hab's, dass sie einfach schwenden ihre Zeit, sie Copyright geben. Wenn ich weiß, dass ein Copyright ist, wegen Flachen von YouTube und so weiter, dann weißt du, ah, YouTube, ja, 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 was ist Monatize? Und so weiter. Also das Ding mit Copyright ist so wie YouTubers werden mitzahlt, oder? Zahlt wegen ihres Videos. Und wenn sie kassieren ein Copyright Claim, oder Streit, dann bekommen sie kein Geld von diesem Video, haben sie bekommen ein Copyright Claim, oder Streit. Und ich musste diese Teil wegnehmen, der hatte, der hatte ein Copyright. Ich hab geschaut, ich hab nichts gecheckt. Ich so, was? Das war einfach nur ein Video. Ohne fucking Musik, nur Stimme ist ein Titel sogar. Ohne Musik, nur Stimme, was zu tippen. Hey yo man, ich Copyright man. Also reden ist auch Copyright. Was für ein Scheiß Wurschen ist das? Was für Entschuldigung ist das? Es so wie du sagst... Like, I don't know. Es so wie zum Beispiel, Ey, der Hund ist am Bellen? Das ist illegal. Like, what the hell ist die los, YouTube? Gibt's hier gut? Egal. Ich fand andere Sachen, die sind viel schlimmer, wenn die zu den Namen geht. Und dann nein, nur wieder einfach Tiktok. Wenn niemand das sagt, dann sie einfach, Bro, das zu Copyright. Ich checkte immer auf YouTube, nicht? Ich muss die Wahrheit sagen. Ich checkte immer auf YouTube, nicht? Ich checkte immer auf YouTube, nicht? Das war einfach begonnen zu sehen. Ich hab jetzt quitten. Ja, das war der letzte Video. Ich schätze, das war der letzte Video. Das wird der letzte Video in diesem Jahr sein. Ja. Egal, whatever. Ich bin einfach ein Spiel. Und ich helfe verschiedene Sachen. Wegen ich bin eine Pussy. Yeah. Ich bin eine Pussy. Ich hab keinen Namen, was ich sage. Ich hab... Bitte Leute, ich schwöre, ich hab nicht geraucht. Nicht. Bitte glaubt mir. Egal. Whatever. Um... This shit. Ich muss einfach ihn üben. Wegen ich bin ein Pussyboy. Ja, ich weiß, ihr seht ein Black Screen. Aber, ich kann euch nicht mein Hintergrund zeigen. Mein Discord, also mein Hintergrund und so weiter. Wegen ich hab den Discord Sachen Ding. Und ich will nicht, dass sie das sieht. � chicos mal nicht, dass sie die Sachen nahe erscheinen die warum den Server clerk existiert. Denn Herr System, ich hab dein Video theoretisch. Russisch. Now dann die drarkanenkaige Algorithmus, du siehst jetzt schnell. Oh, Mann. Oh, Mann. oh, Mann. ich hab keine Ahnung was könnte ich alles spielen der audio ist sehr fucking schlecht, aber ist mir scheißegal ja, mir scheißegal anyways, um es, 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 es sagt nicht mal, ob es so, like, loading ist, oh ich kann nicht mal ich hab keine Ahnung was zu spielen, wenn ich meine es echt ernsthaft ist, like, I don't know ja, hab echt keine Ahnung, what the fuck nein, hab echt keine Ahnung oh, ich kann nicht mal, okay, um what the fuck okay, ich hab das, ich hab das, ich hab das ja, ich hab das, ich hab das, ich hab das ja, ich hab das, okay okay okay, well, bro ja, hab das zu klein war, ich hab das nicht schön das tut unrealistisch, ich nehme genau die rechte Seite und das mich unterschaut, das geht nicht mal rechts, das geht so, ich gehe rechts und ich sag genau, was ist rechts? whatever, ich weiß, dass ich nicht so gut aussehen, aber I don't do shit I don't do shit, will. Come on man, load the door harder. Go! Yeah, fat cow man. This is fucking love. This is love. So, I got married. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Keine Ahnung, ein Bitch. Shut up, Sam. Oh, Bitchcom. Ich weiß nicht. Wegen Flachwissen, die Admin ist alles, um, you know, die Adelope ist, okay? Er kann sogar Kimmich reden. Shut up. Oh, I Copenhagen. Oh, I forget there's a lot of frågor. Oh, no. 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 Die Gavität ist so komisch. Oh, ja, 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 ha mal la helle. Oh. Das ist so schlecht. Bro, deine Mutter. Egal, wir machen 28, scheiß drauf, ich schlende nicht viel essen. Das ist so lustig. Are you fucking kidding? See you soon, hell, kid. Shut the fuck up, you fat cow. Shut the fuck up. Ich hab' geno, wenn du nicht lade. Are you fucking kidding me? Ich hab jetzt noch viel glasen. Was ist die, bro? Ich bin so trash. Ich hab jetzt vergessen. Ich hab jetzt noch nie gesprochen. Ich hab jetzt über die Üben. Oh my god, das ist was ich hab gemacht. So lange gesagt. Ok. Okay, Lose Hüchelnne, man. No, Lose Hücheln. Okay, Lose Hücheln. Lose Hücheln. Ist nicht mal... Doch, ich wollte schon sagen, aber wir können nicht zählen. Oh mein Gott, das ist so gelagcht, das ist so gelagcht. Oh mein Gott, das ist so gelagcht, das ist so gelagcht, das ist so gelagcht. Oh mein Gott, das ist so gelagcht. Oh mein Gott, das ist so gelagcht, das ist so gelagcht. Oh mein Gott, das ist so gelagcht, das ist so gelagcht. Oh mein Gott, das ist so gelagcht. Oh mein Gott, das ist so gelagcht. Oh mein Gott, das ist so gelagcht. Nein. Das ist so gelagcht. 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 Jetzt sind wir erst in die Hälfte vom Compte. Vielen Dank. Nein, nicht dieser Tage. Holy shit, wie erwacht das ihm lebt. Nein, nicht dieser Tage. Das Leben ist nicht schlecht. Bitte nicht die Speziale Tocke. Nein, nicht dieser Tage. Du bist so... Du bist so... Oh my god. Du bist so... Oh my god. Nein! Nein! Scheiße. Oh nein... Nein... Du bist so... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... ... Ja, ich weiß es, ich glaube nicht, dass ich den Spezial-Karten komme. Boah, ich habe doch das überlebt. Für mich kommt so eine Spezial-Karte. Nein, es kommt nicht. Oh nein. WTF, wie kann ich das sehen? Oh wow man, ich habe nichts zu essen. Nein, das ist eine Spezial-Karte. Du, du pisser! Mann! Nein, das ist eine Spezial-Karte. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Shut the fuck up, you fat cow! Let's go, man! Pfff! Pfff! Okay, ich bin Pfff! Shut up, man! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war so cool! Okay, naja, naja, so cool! Whatever. Come on, man! Kinda pranks with myself! Okay, so cool! Kirsche! Wow! Ah, ich musste hier heilen! Oh mein Gott! 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 You piece of ass. Ich hab die YouTube so, hm 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 hm, du kannst es nicht sagen. Aber jeder, aber jeder weiß, dass er jemand kann sagen. Dankeschön. Dankeschön für die besten Regen, bro. Are you fucking shitting me? Nein. Nein. Ich bin nicht. Nein. Ich bin nicht. Nein. Ich bin nicht. Cancel Orleans perfekt. So, okay. Okay. Okay, jetzt möchte ich. Nein nicht diese Taka den fat piece of shit. Ja, f- Fuck man. Ja, nein. Ja schweiß drauf. Cancel Orleans. Ich will nicht weiter wegschw Hm. Oh, ich habe vergessen, diese Tauke. Ja, scheiße. Oh, diese Tauke schon lange. What? Nein, nein, nein. Weiter fighten? Nein. Deine Mutter ist weg. Oh, mein Gott. Okay, 40, leben. Very nice. Ich habe 50, ich habe bekommen. Ja, das ist schon. Nein, nicht die Tauke. Ich habe mich fucking bewegt, du dumm fuck. Ich habe mich bewegt, bro. Scheiße, das ist schon. Nein. Okay. Okay. Ich habe schon bereit. Okay. Okay. Oh, diese Tauke. Nein, ist das. Okay. Ja. Nein. Günther Bischofstacht. Holy shit, holy piss nuts, oh my god, holy piss nuts, oh my god, okay, das ist fast Ich bin tot, 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 ich bin tot Ich geh dann, ich schwö, jetzt geh ich zu Hause gleich, tschüt, warte, was sag ich, ich geh zu Hause, jetzt geh ich zu Hause, jetzt geh ich zu Hause, ja, na, ich geh mein, ich geh mein Schrank, oh mein Gott. Ich geh dein, ich geh nicht auf, nein, ich hab sie zu Hause, nein, ich geh es, noch nicht. Nein. Ah. Nice. 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 Hey, doctor. Nice to meet you. It's better than normal, right? No, I don't think that's just, um... ... Ah, du... ...couseigner. Jetzt... ...gut. Ah, so, Tossi ist gut. Ach, glaub ich, jetzt kommt Fossi zu, Mr. Tucker... Ja, die sind dann, kommt Mr. Tucker... ...ja, die sind dann, kommt Mr. Tucker. Okay, und jetzt die... 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 Hälfte. Shit, man. Ich meine, man muss in sich... Nein. Nein. Nein! Ich war's flerhaut. Ich kann das nicht mehr, ich habe die nächste Folk Bass. Ich warte, ich kann das nicht mehr. Nein, ich habe zu lange... Ich steige. Ich war's nicht mehr. Ich war's nicht mehr. Ich war's nicht mehr. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Oh nein, ich wurde hier mega gefickt. Nein. Nein. Oh mein Gott. Oh, danke schön. Oh mein Gott, ich habe meinen Liegen gerettet. Ich habe ihn ganz oben in der Hand gezogen. Okay, helfen wir, ich habe Glück. Okay. Nein. Nein. Okay, ja, nein. Okay. Scheiß drauf. Come on, let's go. Hoffen wir auch gut. Okay. Okay. Ich habe engagement. Come on. Wir nehmen. Hier kommt. Uhr. Wir werden jetzt viel elafen. W Klop наuch. Ichorrフoy. Wir lassen euch mal denken. Fuck, man, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, du hast es geschafft, du, nah, letztes Versuch, und ich hab gesagt, yo, fuck, du gehen, ja, whatever, I'm okay, du bist nicht, du bist so wie Last Breath, du bist so wie Last Breath, du skippst auch noch. Schaut ab, erlebt immer noch, dritte, 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 eine Stunde lang, damn. Ich hasse diese Tocke. Okay, das ist nicht so schlecht gewesen. Papyrus be like, nee, 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 nee. Stop. Was ist das? Inhalen, kid? Inhalen. Okay. Okay. Okay, ich muss heilen. Okay, was sind die Heilungen? Das ist die Heilungsschützer. Oh, holy shit, wie habe ich das geschafft mit einem Leben? Deine Mutter, es ist fett, ja. Ja, schweiß du. Ja, nein. Boah, aber das war mega weit, das war mega weit. Soll ich weiter machen? Nein, ich habe nichts gewonnen. Okay, Leute, chill doch mal so. Okay, einmal, einmal bitte. Okay. Okay. Deine Mutter ist so fett. Bro, ich bin nicht gut in den. 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 Ich bin nicht gut. über was einnommen ich hab keine Ahnung ich hab seit lange nicht mehr Videos gemacht ich hab lange nicht mehr Videos gemacht ich hab keine Ahnung was soll ein Video machen über was? Frösche? No? Wir können ja wir können ja zu ihnen zum Schluss für die Videos wir gehen genau dieses Video damit ihr wohl schaue Videos wo dein Copyright gewinnt ja, das hab ich schon gesagt das sind dann da mehr ähm ich hab keine Ahnung was zu spielen mhm ich hab auch keine Ahnung was zu sagen ok, was kann ich hier ähm was kann ich spielen na ich hab ein anderes Spiel direkt so ich hab ihn nicht gesehen hat fast so ähnliche hat fast so ähnliche aber es ist für Menschen die sind dann schon nicht zu gespielt ich zeig euch holy shit das ist like so unmöglich zu verstehen das würde ich finden und dann wäre es jesus christ ich hab keine Ahnung wir werden ja alle schauen wenn ihr das schaut wenn ihr das wenn ihr das wenn ihr das seid ihr dich hier dann schreibt in die Kommentare wenn ihr das oh mein Gott kann es auch nicht zu werden wenn ihr das echt hier jetzt gerade im Schluss wer ist der End sagt in die Kommentare zu wissen dass ihr alles geschaut schreibt in die Kommentare ähm Pizza ja wenn ihr schaut Pizza ja das ist wenn ich das auch am Anfang sagen dass ihr schaut dass ihr das eigentlich nicht schreibt aber egal das ist kein Problem ich bin eine Bitch was ist das was ist das da okay oh oh mein Gott oh mein Gott euer was ich machin im micro ich würde um wo ist das oh mein Gott ähm wo ist das? nein ah hier was gefunden warte, was? warum muss das D extra hier? nein, es gibt eine Saison, die muss das extra hier anziehen sollen warte, was ist das gleiche Logo von diesem, oh my god was, ich bin echt mega erstaunt ey, man, die Menschen wird sicherlich sehen, die ihr jetzt gerade, aber warum ist der Disco-Zero so fucking leise? ich hab noch niemanden lieben diese Disco-Zero gehört leise sein immer höre ich Nachrichten was ist passiert? was ist das, dass ich sie auch nicht 장inieren kann? Jesus Christ, ich hab Exposed Diary okay, ich hab noch ein Witness-Ein-Shit oh mein Gott, das ist so schlecht Leute, die kennen einfach mal deutsche, so die, die, sie, die, die, sie nicht, die ist nicht, die Menschen ich rede, sie geht ich weiß am meisten mein, you know, EFM und vieler von meinen Fans ist in Deutsch und ja oh mein Gott ok dun 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 du 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 Das ist doch nicht so schlecht. Oh nein, das ist die Wichtmacht's Screen. WTF? Oh wow, wow, wow. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alles, was ich hier? Ja, ich hab's gewusst. Ja, ich hab's gewusst. Was hat das nicht so gut? Das war's für heute. Dun-dun! Ah, warte, das noch mal gemacht. Ja... What the fuck, muss ich drücken? Ja, whatever, ihr habt's schon gesehen, das ist fucking unmöglich. Der einzige Mensch, der kann's schaffen, I don't know man. Ähm, ja, whatever. Ähm... Lachen wir ein Video? Und, äh, ja. Ja. Ja... Oh, den haben auch den Fuß gespürt. Ja, also, ja, wenn ich... Wenn ich so... Oh, er hat den live gemacht, ich hab's verpasst, dann sieht sie sicher sein Video oben, oder ich bin ein Video dort am machen. Also, ja, oder so. Ja, also, ja, ich hab's für euch ein Video im Moment. Ja... Vielen Dank.